Der Bodensee-Kreis ist ein Landkreis in Baden-Württemberg. Er bildet zusammen mit den Landkreisen Ravensburg und Siegmaringen die Region Bodensee-Oberschwaben im Regierungsbezirk Tübingen. Geografie, Lage Der Bodensee-Kreis erstreckt sich entlang des Nordhufers des Bodensees mit dem anschließenden oberschwäbischen Hügelland, das im Osten in das West-Halgoia-Hügelland übergeht. Die höchste Erhebung ist der höchsten an der Grenze zum Landkreis Siegmaringen mit 837,8 Meter Ü. In Hain, Nachbarkreise Er grenzt im Uhrzeigersinn im Westen beginnend an die Landkreise Konstanz, Siegmaringen und Ravensburg sowie an den bayerischen Landkreis Lindau. Im Süden bildet der Bodensee die natürliche Grenze zu Österreich und zur Schweiz. Topografie Schutzgebiete Im Bodensee-Kreis sind 33 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 1.217,26 Hektar ausgewiesen. Das entspricht einem Anteil von 1,83 Prozent an der Fläche des Kreises. Hinzu kommen 27 ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete, 11 FFH-Gebiete, 3 Vogelschutzgebiete, ein Bahnwald, 2 Schonwälder, sowie insgesamt 175 Naturdenkmale und 4508 Biotope. Wald im Bodensee-Kreis ist 29 Prozent der Fläche bewaldet. Der Wald besteht zu 60 Prozent aus Nadelbäumen und zu 40 Prozent aus Laubbäumen. 58 Prozent des Waldes sind in Privateigentum. Geschichte Der Bodensee-Kreis wurde durch die Kreisreform am 1. Januar 1973 durch Vereinigung des Landkreises Tittnang mit dem Hauptteil des Landkreises Überlingen gebildet. Der Landkreis Tittnang war 1934 aus dem alten württembergischen Oberamt Tittnang hervorgegangen, das 1810 errichtet wurde. 1938 wurde der Landkreis Tittnang im Landkreis Friedrichshafen umbenannt, jedoch später wieder rückbenannt. Der Landkreis Überlingen wurde 1936 durch Vereinigung der badischen Bezirksamter Überlingen und Pfohlendorf gebildet, die 1857 durch Vereinigung mehrerer Ämter errichtet worden waren. Mit der Kreisreform 1973 wurden ehemals badische und württembergische Teile zu einem Landkreis vereinigt. Der neue Landkreis bestand zu Beginn aus 32 Gemeinden, folgende Gemeinden wurden in den Folgejahren eingemeindet. 1. April 1974 Deisendorf nach Überlingen 1. Juli 1974 Hüdingen und Nesselwangen nach Überlingen 1. Januar 1975 Hattenweiler, Heiligenberg und Wintersuigen vereinigt zur neuen Gemeinde Heiligenberg 1. Januar 1975 Billerfingen nach Owingen 1. Januar 1975 Beuren nach Salem 1. Januar 1975 Bonndorf und Nussdorf nach Überlingen 1975 wurde Kau von Meckenbeuren nach Tittnang umgemeindet 1977 wurde Ehlenfurt von Heiligenberg nach Deggenhauser Tal umgemeindet Nach Abschluss der Gemeindereform umfasst der Bodensee-Kreis noch 23 Gemeinden, darunter fünf Städte und hiervon wiederum zwei große Kreisstädte. Größte Stadt des Kreises ist Friedrichshafen, kleinste Gemeinde ist Städten. 1. Einwohnerentwicklung Die Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. 2. Politik der Landkreis wird vom Kreistag und vom Landrat verwaltet. 3. Kreistag Wikipedia Wikiprojektereignisse Vergangenheit Fehlender Kreistag wird von den Wahlberechtigten im Landkreis auf fünf Jahre gewählt. Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgendem vorläufigen Ergebnis. Das amtliche Endergebnis wird vom Statistischen Landesamt gegen Ende des Jahres bekannt gegeben. WG Wählervereinigungen, da sich die Ergebnisse von 1989 bis 1999 nicht auf einzelne Wählergruppen aufschlüsseln lassen. Punkt. Landräte Der Landrat ist gesetzlicher Vertreter und Repräsentant des Landkreises sowie Vorsitzender des Kreistags und seiner Ausschüsse. Er leitet das Landratsamt und ist Beamter des Kreises. Zu seinem Aufgabengebiet zählen die Vorbereitung der Kreistagssitzungen sowie seiner Ausschüsse. Er beruft Sitzungen ein, leitet diese und vollzieht die dort Gefassten-Beschlüsse. In den Gremien hat er kein Stimmrecht. Sein Stellvertreter ist der erste Landesbeamte. Die Landräte des Landkreises Tittnang 1945 bis 1972 1945 zu 1924 Walter Berlin 1945 bis 1947 Konrad Stöhrt 1947 bis 1957 Emil Münch 1957 bis 1972 Kurt Dietz Die Landräte des Landkreises Überlingen 1945 bis 1972 1945 bis 1948 Franz Silner Franz Silner 1948 bis 1949 Herbert Hassenkamp Fischer 1949 bis 1955 Georg Beck 1956 bis 1972 Kallschies Die Landräte des Bodenseekreises seit 1973 1973 bis 1973 1973 bis 1973 minus 1979 Martin Herzog 1979 bis 1985 Bernd Wiedmann 1985 bis 2007 Siegfried Tann Seit 2007 Lothar Wölfle Kreispartnerschaften Kreispartnerschaften bestehen zum Muldentalkreis in Sachsen und zum Powiad Czestochowski in Polen Wappen Das Kreis Wappen wurde dem Bodenseekreis nach Beschluss des Kreistags vom 16. Dezember 1975 und Zustimmung des Hauptstaatsarchivs Stuttgart durch das Regierungspräsidium Tübingen am 27. Februar 1976 verliehen Es zeigt in blau über drei silbernen Wellenfäden ein achtspeichiges goldenes Rad ohne Felgen Der Entwurf des aus Markdorf stammenden Malermeisters und erfahrenen Heraldikas Herbert Vogel hatte sich im Vorfeld gegenüber fast 600 Entwürfen in Einem durch den Kreistag ausgerufenen Ideenwettbewerb ausgezeichnet Vogel beschreibt das Wappen folgendermaßen Das Rad ist Sinnbild der Einheit Symbol eines neuen Kreisbewusstseins Der gewalte Schildfuß steht für die Breite der Seenlandschaft Das kreisrunde Rad über dem See ergibt wie ein redendes Wappen Das Wortspiel vom Bodenseekreis Als Symbol der Sonne weist das goldene Rad auf das milde Seeklima hin Die heretische Farbe Gold erinnert an die goldenen wogenden Ehrenfelder An die goldgelb reifenden Äpfel und Trauben Das heretische Silber kann auf die schneebedeckten Gipfel der Alpen hinweisen Die zu uns herüber grüßen Die Zahl der acht Speichen symbolisiert acht größere Flüsse und Bäche die das Kreisgebiet durchqueren Agen, Schussen, Ruttach, Brunisach, Lippach, Degenhauserach, Salemerach, Seefelderach Auch gibt es im Kreis acht Verwaltungsgemeinschaften mit Sitz in Friedrichshafen, Überlingen, Tettnang, Markdorf, Meersburg, Salem, Kressbronn und Heiligenberg Auch in historischer Sicht ist die acht Sinnbildhaft Denn acht Zentren haben die Entwicklung von Kultur, Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft geprägt und befruchtet Das Kloster St. Gallen, die Grafen von Heiligenberg, die Grafen von Montfort, Tettnau, die Reichsabtei Salem, das Kloster Weingarten, die Fürstbischöfe von Konstanz, die Freie Reichsstadt Überlingen, Buchhorn Friedrichshafen Das Rat ist auch Sinnbild für das sich fortwährende Ende Rat der Geschichte Sie hat im neuen Bodenseekreis wesentliche Teile des alten Linzgaus wieder zusammengeführt Mit dessen geschichtlicher Überlieferung das neue Wappen durch das tausendjährige Speichenrad der Ritterschaft von Raderach und Markdorf in Verbindung steht Siehe auch Liste der Wappen im Bodenseekreis Wirtschaft und Infrastruktur Der Bodenseekreis gilt als eine der wirtschaftlich innovativsten Regionen Baden-Württembergs Das Statistische Landesamt setzte den Kreis sogar auf Platz 1 des Innovationskraftindex aller Kreise im Bundesland Diese Stellung verdankt es vor allem den ansässigen Hoch- und Spitzentechnologieunternehmen Unter anderem den Automobilzulieferern und Maschinenbauern ZF Friedrichshafen AG und MTU sowie zahlreichen Unternehmen der Luft- und Raumfahrttechnik Die sich im westlichen Raum Friedrichshafens konzentrieren Im Bodenseekreis werden 56,9% der Gesamtfläche als landwirtschaftliche Flächen genutzt Verkehr Die Württembergische Staatsbahn erreichte mit der berühmten Schwäbischen Eisenbahn schon 1847 von Ulm her bei Friedrichshafen den Bodensee Dagegen wurde die Bodenseegürtelbahn durch die Badische Staatsbahn erst 1895 von Radolfzell her bis Überlingen und 1901 ab der Landesgrenze durch Die Württembergische Staatsbahn bis Friedrichshafen gebaut, der östliche Abschnitt bis Lindau wurde 1899 fertiggestellt Die Badische Staatsbahn fügte noch folgende Nebenbahnen hinzu 1901 Oberuldingen-Mühlhofen-Unteruldingen 1905 Mimmenhausen-Neufrach-Frikingen Die erste elektrisch betriebene normalspurige Bahn für Personen- und Güterverkehr in Deutschland war die 1895 eröffnete Lokalbahn Meckenbeuren-Tetnang der Lokalbahn-Aktiengesellschaft München 1922 kam noch die Strecke Friedrichshafen-Stadt-Obertöringen der Thöringertalbahn GmbH hinzu Zur Verbesserung des Nahverkehrs gründeten Anliegen der Kommunen die Bodensee-Oberschwabenbahn GmbH, an welcher der Kreis 20% der Anteile hält Sie hat 1993 auf der Ravensburg-Friedrichshafen den Nahverkehr übernommen 1997 wurde dies bis Aulendorf ausgedehnt Von den ursprünglich 94 Kilometern des Gesamtnetzes sind 26 Kilometer stillgelegt worden 1950 Ulding-Mühlhofen-Unteruldingen 1954 Friedrichshafen-Stadt-Obertöringen 1953 Salem-Frikingen 1976 Meckenbeuren-Tetnang Das Gebiet des Landkreises wird von keiner Bundesautobahn berührt Die A96 führt jedoch nur wenige Kilometer östlich des Kreises vorbei Von der Westseite des Kreises nicht weit entfernt ist die A98, die unter anderem Verbindung zur A81 schafft Der Landkreis selbst ist durch Bundes-, Landes- und Kreisstraßen erschlossen Die wichtigsten Bundesstraßen sind die B31, die B30 und die B33 Fähren über den Bodensee verbinden den Bodensee-Kreis von Friedrichshafen nach Romanshorn in der Schweiz und von Meersburg nach Konstanz Ein Katamaran verkehrt im Stundentakt von Friedrichshafen nach Konstanz Der Flughafen Friedrichshafen, an dessen GmbH der Bodensee-Kreis mit 14,38% beteiligt ist, verbindet die Bodensee-Region mit zahlreichen Zielen im In- und Ausland Jubiläumsweg-Bodensee-Kreis Am Bahnhof Kressbronn beginnt der Jubiläumsweg-Bodensee-Kreis, ein 111 Kilometer langer Wanderweg, der 1998 zum 25-jährigen Bestehen des Bodensee-Kreises eingerichtet wurde Er führt über sechs Etappen von Kressbronn durch das Hinterland über Neukirch, Meckenbeuren, Markdorf, Heiligenberg und Ovingen nach Überlingen Eine Gruppe von etwa zehn ehrenamtlichen Wegewarten sorgt unter Leitung des Landratsamts und in Verbindung mit den zuständigen Gemeinden für die Ausschilderung und Instandhaltung des Jubiläumswegs Kreiseinrichtungen Der Bodensee-Kreis ist Träger des Bildungszentrums Markdorf mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium folgender beruflicher Schulen Berufsschulzentrum Friedrichshafen mit Claude-Dornier-Schule und der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Tettnang Hugo-Eckener-Schule und Droste-Hülshoff-Schule, Elektronik-Schule Tettnang Berufsschulzentrum Überlingen mit Jörg-Zürn-Gewerbeschule, Konstantin-Warnotti-Schule und Justus von Liebig-Schule sowie der Sonderschulen-Pester-Lotzi-Schule in Markdorf und Sonnenberg-Schule in Salem-Bogensegel In Prägerschaft des Bodensee-Kreises sind die Volkshochschule Bodensee-Kreis mit Außenstellen in allen Städten und Gemeinden und die Jugendkunstschule in Meersburg Der Bodensee-Kreis vervollständigt laufend seine Kunstsammlung Bodensee-Kreis mit Gemälden der Künstler, die im Kreis gewirkt haben Diese Sammlung ist im Archiv des Schloss Salem untergebracht Der Bodensee-Kreis war Gesellschafter der Klinik Tettnang GmbH bis diese von den Waldburg-Zeil-Kliniken Die seit 2005 die Kasekunden-Tettnanger Krankenhaus betreiben übernommen wurde Das ehemalige Kreis Krankenhaus Überlingen befindet sich heute in Prägerschaft des Helios-Kliniken-Verbundes Städte und Gemeinden Kfz-Kennzeichen Am 1. Januar 1973 wurde dem Landkreis das neue Unterscheidungszeichen FN zugewiesen Es wird durchgängig bis heute ausgegeben Kfz-Kennzeichen 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 Kfz-Kennzeichen